Es geht weiter mit den Lösungen für Tag 5 in unserem neuen Event Poetisches Pop Quiz und damit herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und fangen an mit der ersten Frage und zwar stellt sich hier die Frage, was ist der Name des Ortes auf der ganz linken Seite der Weltkarte? Und zwar haben wir hier bei mir in dem Fall die Antwort B, Insel der Verbanden. Dann geht es auch schon weiter zu Frage Nr. 2. Welcher dieser Helden gehört nicht zum Verband die Gelanden 3? Und hier haben wir dann in dem Fall einmal den Rigby dabei. Dann sind wir auch schon bei der dritten Frage angekommen und zwar, welches Attribut reduziert den von einem Helden empfangenen Crit-Treffer Schaden? In dem Fall haben wir dann einmal bei mir Antwort B, Crit-Schaden-Widerstand und dann sind wir auch schon bei der vierten Frage angekommen und zwar, welche der folgenden kommt aus der Herausforderer-Liga? Und zwar haben wir hier einmal die Gladiator-Münzen und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen und zwar, welcher dieser Währungen kann in der Kaserne benutzt werden? Und hier haben wir dann natürlich einmal die Helden-Münzen dabei und da haben wir auch schon die ganzen Fragen einmal durch und zwar hier für Tag Nr. 5. Falls du noch neu auf meinem Kanal sein solltest und in Zukunft keine weiteren AFK-Arena-Videos verpassen möchtest, würde ich mich natürlich sehr über ein kostenloses Abo freuen und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen Nacht um 1 Uhr bei Tag 6. Macht's bis dort und auf jeden Fall gut, Leute und ciao!